ARD Text im Auftrag von Funk Fuck, das müssen wir jetzt nachmachen. Was hältst du davon? Eins, zwei, drei. Jo YouTube, was geht ab? Max Brüner am Start. Und heute fliegen wir mit dem Slip & Slide. So Freunde, wir rutschen jetzt das nächste Mal da runter. Ich kotze, ich bin so aufgeregt. Das ist so heftig. Eins, zwei, drei. So Freunde, jetzt schwimmen wir die Werkanlänger-Challenge runter. Das wird so heftig. Schnick, schnack, schnack, schnack. Ich schneid dich. Ich fick dich auch. Ja, nochmal, komm. Schnick, schnack, schnack. Ihr beide noch. Du darfst entscheiden. Wer anfängt? Ja. Schnell, schnell, komm, komm. Und dann? Und dann? Patrick? Ja, zum Schluss. Ich fang an, dann Patrick. Okay. Und dann, äh, Tim? Los geht's. Ich mach als erstes einen Auerbach. Okay, Patrick ist jetzt Nächster. Du musst jetzt auch einen Auerbach machen. Ja, das kriegt er hin. Los geht's. Locker, easy, sogar lang gestreckt. Jetzt kommt der Torpedo. Jetzt zeig ihm, wie das geht. Mach ein Doppel. Weg, weg. Und... Und go. So, jetzt ist Patrick dran. Mal sehen, was der macht. Hörst du mal an Rückwärtsseite, Patrick? Ich glaub schon, Alter. Hau rein, Patrick! Tschau, Digga! So, hat der Max dran, Patrick? Habt ihr für ihn klar gemacht? Sayonara! Ja, klage mal, klage mal, klage mal, klage mal! Hau rein, jetzt! Oh, shit! So, Freunde, als nächstes macht Tim Delfin vorwärts Salto. Die Aufnahmen sind uns leider verloren gegangen, darum sage ich euch das kurz. Also, der rutscht rückwärts runter, und dann macht der Vorwärts halt so. Seht selbst! Also, Freunde, wir haben jetzt beide diesen Delfin-Move gemacht, den ich vorgelegt habe. Machst du klar, Patrick, was glaubst du? Weiß ich nicht. Jeden, Alter! Gib ihn! Okay, das wär auf jeden Fall was anderes. Freunde, Tim und Patrick haben jeweils seine Krone verloren. Ich bin jetzt da mit dem nächsten Trick. Ich mach ein Double Auerbach. Boah, dann schau mal. Mach von der Großen hier. Ja, machst du da. Jetzt geht's ab, mein Glaube. Mach schon. Gib ihn. Boah, der macht sogar klar! Chillig, chillig, chillig. Fuck, da müssen wir jetzt nachmachen. Was hältst du davon? Nimm den Schwung mit der Masse 3, Digga. Boah, ich werd kotzen. Warte, wie fühlst du dich? Mach klar! Mach den Party-Pott! Mach den Polnisch! Mach den Polnisch! Boah! Aufdrücken! Aber er hat's versucht! Heute Maxi klargemacht. Patrick anderthalb mit der Rückenklatsche. Schauen wir mal, was bei mir rauskommt. So Freunde, das war's mit dem Video. Patrick und Tim haben leider verloren. Was sagst du heute zu deinem Verlust? Der Junge hatte heute nur einen Glückstag. Aber ich gönne ihm. Der hat heute gut klargemacht. Danke. Tschüss. Wenn ihr noch so ein ähnliches Video sehen wollt, dann lasst mal 7500 Likes da. So Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace, man! Sach ich habe einfach nicht neue Gerwers. schoolépoque.